Halt, grüße, Abteilung zu einem Rechtsbrechner, halbe Volte rechts, Marsch, im Mittelpunkt eine Pferdelänge geradeaus, danach Anfang halbe Volte links. Abteilung Schritt, Mittelschritt, im Mittelschritt durch die halbe Bahn wechseln, auf dem Mittelzirkel geritten. Dabei zwischen E und B überstreichen. Ganze Bahn, Abteilung im Arbeitstempo, Traben durch die ganze Bahn wechseln, dabei wird die Verlängerung. Abteilung im Arbeitstempo, Abteilung im Arbeitstempo, Marsch, auf dem Mittelzirkel geritten. Abteilung im Arbeitstempo, Traben und Ganze Bahn, auf dem Zirkel geritten, dabei leicht Traben und Zügel aus der Hand kauen lassen. Ganze Bahn, Zügel wieder verkürzen, aussetzen, durch die ganze Bahn wechseln. Marsch, Anfang, Halt. Fremdruhe Rommdruhe Fremdruhe 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 Valentino, wir werden nur den 8,3.